Hallo, mein Name ist Michael. Dieses Jahr spiele ich von Tamika. Meine Aufgabe ist es, das Toradelf von Tamika zu beschützen oder zu verteidigen. Komm und watch me! Michael, wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Und selber? Das war unser Deutsch. Du bist in Tartu seit einiger Zeit. Was sind die Impressions? Was magst du? Was magst du? Was magst du? Ich glaube, es gibt nichts, was ich magst. Es ist ein schönes Stadt. Es ist viel größer als meine letzte Stadt in Sileme. Es ist sehr schön. Es ist nicht so gut. Es ist ein guter Stadt, ich mag es. Was sind diese interessante Dinge, die du möchtest? Was magst du machen? Nein, aber es ist interessant. Es ist nicht so gut. Es ist ein schönes Stadt. 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 Es ist sehr schönes Stadt. Es ist ein schönes Stadt. Wie viele Leute haben sich Jumale mit dir verksam gemacht? Es ist nicht so wenig. Es gibt ein paar Leute, die Jumala mit Jumale handeln. Ich habe auch Gael, Ando, Wom. Es ist okay, ich fühle mich gut, es ist okay. Es gibt diese Schmerz, einige Leute haben michael genannt, nicht michael. Wie fühlst du dich, wenn die Fans auf michael genannt haben, michael genannt? Für mich ist es nicht wichtig, wie sie mich genannt haben, michael, michael oder michael oder michael. Es ist einfach so, dass wir unsere Fans haben, sie helfen uns, sie bleiben hinter uns. Das ist die wichtigste Sache. In der letzten Saison hast du dich und Lef Silame Kalev gehört. Wie ist die Schmerz? Die Schmerz ist okay, es ist gut, ich fühle mich gut, ich kann spielen, das ist wichtig. Was sind unsere Team? Das ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Wir haben ein sehr, sehr junger Team, viele Studenten. Und nicht jeder ist hier in der Schmerz. Es ist schwierig zu trainieren. Aber wenn wir kämpeln, können wir etwas machen. Und können wir bleiben, wo wir wollen. Was sind deine persönliche Schmerz in dieser Saison? Oder in der Zukunft? Für mich ist wichtig, dass ich meine Rhythm zurückkehren, dass ich meine Schmerz ist stabil, dass ich guter Game für Tamika spielen spielen kann, dass ich die Team kann helfen. Und dann wird der Zukunft kommen. Wie es kommt, wird es sehen. Ich bin sehr schwärg, sie können. Nein, ich darf nicht. I did it.